In diesem Video zeige ich dir, wie du alle Rätsel direkt zu Beginn in der eigenen Base lösen kannst. Dadurch erhältst du nicht nur die jetzige Silbertrophäe, sondern auch 1000 Dollar plus einen Bauplan. Und da du dir allein schon durch die 1000 Dollar eine Menge Upgrades direkt zulegen kannst, lohnt es sich auf jeden Fall, alle Rätsel zu Beginn zu lösen. Und damit herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. Schön, dass du am Start bist und um keine Zeit zu verlieren, kann es jetzt auch direkt mit der ersten Lösung losgehen. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Wenn dir mit diesem Video bislang weitergeholfen haben, lass mich das gerne mit einem Like wissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.